Mit dem Unterschied, dass dieser Tampon zusätzlich vibriert. Und durch die Vibrationen sollen... Hallo und herzlich willkommen zu Klar Erklärt. Ich bin Nathalie und heute gebe ich euch 10 Tipps gegen Menstruationsschmerzen. Menstruationsbeschwerden sind krampfartige und oder ziehende Schmerzen im Unterbauch und können kurz vor und während der Periode auftreten. Oftmals gibt es auch Begleiterscheinungen wie beispielsweise Rückenschmerzen oder Schmerzen in Beinen, Übelkeit, Kopfschmerzen etc. Menstruationsschmerzen gehören zu den häufigsten gynäkologischen Beschwerden. Sie sind an sich keine Erkrankung, wenn sie allerdings so stark, so intensiv sind, dass sie deinen Alltag stark einschränken, wenn es jedes Mal vorkommt oder wenn sie plötzlich auftreten, obwohl du vorher nur leichte oder keine Beschwerden hattest, dann empfehle ich dir, dass du dir bei deinem Arzt oder deiner Ärztin Rat suchst, sich beraten lässt, weil es könnte dann nämlich sein, dass die Ursache beispielsweise darin liegt, dass eine Endometriose vorliegt oder Myome, Zysten etc. Die 10 folgenden Tipps, die ich dir jetzt geben werde, können bei Menstruationsbeschwerden und Schmerzen helfen. Eine Garantie für den Einzelfall gibt es jedoch leider nicht, weil jeder Körper, jede Person ist anders. Tipp Nummer 1. Einen Orgasmus haben. Die ausgeschütteten Endorphine und die Muskelkontraktionen bei einem Orgasmus können schmerzlindernd wirken. Wie man zum Orgasmus kommt, ob durch Selbstbefriedigung oder Sex mit einer anderen Person, mit oder ohne Sextoys, ist hierbei egal. Tipp Nummer 2. Wärme. Wärme kann helfen, dass sich Muskeln entspannen und dadurch sich auch Krämpfe lösen. Hierzu gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie du zur Wärme kommen kannst, sage ich jetzt einmal. Beispielsweise habe ich hier einen Handwärmer, den man sich auf den Unterbauch legen kann. Oder es gibt extra gegen Menstruationsbeschwerden solche Einweckpads, die man sich direkt auf die Haut kleben kann. Dann gibt es zum Beispiel Kirschkirchen, Kissen, die man erwärmen kann. Oder solche Wärmeflaschen, die man mit heißem Wasser befüllen kann und sich dann auf den Bauch legen kann. Oder auch Wärmeumschläge oder auch alle anderen Arten von Wärmepackungen könnten hilfreich sein. Weiter könnte man beispielsweise auch ein warmes Bad nehmen und oder in die Sauna gehen. Es gibt auch elektronische Wärmepads. Hierzu setze ich euch einen Link in die Infobox. Tipp Nummer 3. Bewegung und Sport. Sport und Bewegung können gegen Menstruationsschmerzen helfen. Das Dehnen und Bewegen der Muskeln kann schmerzlindernd sein. Man kann hierfür beispielsweise spazieren gehen, Yoga machen. Es gibt auch spezifische Übungen gegen Menstruationsbeschwerden. Man kann Gymnastik machen und so weiter. Tipp Nummer 4. Ruhe und Entspannung. Sich hinlegen, ausruhen und oder schlafen kann bereits bei ersten Anzeichen von Schmerzen helfen. Oftmals wird hierbei auch empfohlen, dass man beispielsweise sich in die Embryostellung legt, also die Beine an den Körper zieht, dass sich die Muskeln so noch zusätzlich entspannen können. Tipp Nummer 5. Massieren und Akupressur. Massagen im Rücken oder auch sanfte Massagen im Bauchbereich können Verkrampfungen lösen, können entspannen und somit auch Schmerz lindern. Und gegen Krämpfe kann auch Akupressur helfen. Hierfür kann man ca. eine Handbreit unterhalb des Knies auf der Innenseite des Beines einen Reflexpunkt drücken. Also das kann man mehrmals am Tag, kann man diesen Punkt selbst mit der Hand, mit den Fingern drücken und das kann dabei helfen, Verkrampfungen zu lösen. Tipp Nummer 6. Medikamente und Mineralstoffe. Medikamente mit dem Wirkstoff Ibuprofen beispielsweise wirken schmerzlindernd. Medikamente wie beispielsweise Aspirin wirken auch schmerzlindernd, sind allerdings nicht empfohlen bei Menstruationsschmerzen, da sie geringungshemmend wirken und dadurch den Blutverlust noch steigern. Der enthaltene Wirkstoff blende ich euch hier unten ein. Ich weiß nicht, ob ich das richtig aussprechen würde. Wenn ihr also seht, dass diese Säure enthalten ist, ist es kein Schmerzmittel, welches gegen Menstruationsschmerzen empfohlen ist. Bei den Mineralstoffen können beispielsweise Magnesium und oder Eisen einen positiven Effekt gegen Menstruationsbeschwerden haben. Und dann können einige Verhütungsmittel wie beispielsweise die Pille, die positive Nebenwirkungen haben, dass Menstruationsbeschwerden ganz wegfallen oder weniger werden. Bei den soeben genannten Punkten der Rubrik Medikamente und Mineralstoffe empfehle ich euch aber so oder so, dass ihr euch von eurem Arzt, eurer Ärztin oder Apotheker, Apothekerin beraten lasst. Tipp Nummer 7, Alternativ- und Naturmedizin. Zur Behandlung von Menstruationsbeschwerden und Schmerzen gibt es einerseits diverse Pflanzen, die helfen sollen, wie zum Beispiel Kamille oder Schafgabe, welche dann in Form von beispielsweise Tee getrunken werden können und so Linderung verschaffen sollen. Dann gibt es natürlich auch homöopathische Mittel. Hier könnte man beispielsweise Globuli einnehmen. Und die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt grundsätzlich gegen Schmerzen beispielsweise auch die Akupunktur. Wer sich für alternativ- und naturmedizinische Behandlungsmethoden interessiert, dem empfehle ich auch hier, dass ihr sich an eine Fachperson wendet und sich beraten lässt. Tipp Nummer 8, elektrische Impulse und Vibrationen. Bei meiner Recherche habe ich beispielsweise das Produkt Livia entdeckt. Ich verlinke es euch auch unten in der Infobox. Hierbei klebt man sich Elektronen auf den Unterbauch und dann werden hochfrequentierte Impulse gesendet, welche Schmerzlinien sein können. Also ich kenne mich da nicht so gut aus. Wenn euch das näher interessiert, könnt ihr unten den Link anklicken. Aber es funktioniert auf jeden Fall mithilfe von elektrischen Impulsen. Eine sogenannte transkutane elektrische Nervenstimulation, abgekürzt TENS oder TENS, kann man sich auch bei einigen Ärzten oder Ärztinnen machen lassen. Weiter bin ich bei meiner Recherche auf einen Tampohersteller gestoßen mit dem Namen TAMIA oder TAMIA. Und hierbei handelt es sich um einen Tampon, der funktioniert wie ein herkömmlicher Tampo. Er wird auch genauso benutzt mit dem Unterschied, dass dieser Tampon zusätzlich vibriert. Und durch die Vibration sollen auch wiederum Krämpfe gelöst werden können und dadurch auch Schmerzen gelindert werden können. Der Hersteller gibt an, dass die Behandlungsdauer circa eine Stunde dauert und dass der Betrieb geräuschlos ist, dass man also das Produkt diskret verwenden kann. Auch hierzu setze ich euch einen Link in die Infobox. Kommen wir zu Tipp Nummer 9 und das wäre die psychische Gesundheit stärken. Unsere Psyche kann grundsätzlich eine große Rolle bei einer Schmerzentstehung spielen. Stress, Sorgen oder auch das automatische Erwarten von Schmerzen können diese hervorrufen. Manchmal fühlen sich beispielsweise junge Mädchen unwohl und unsicher, was die Veränderungen ihres Körpers in der Pubertät betrifft. Und Menstruationsschmerzen können dann beispielsweise ein unbewusster Ausdruck von Ablehnung gegenüber diesen Veränderungen sein. Gespräche mit dem Umfeld und oder Fachpersonen zum Thema können dabei helfen, das Wohlbefinden zu fördern und damit auch die psychische Gesundheit zu stärken. Tipp Nummer 10. Magnet. Zum Schluss habe ich noch dieses kleine Ding hier bei meiner Recherche gefunden. Auch zu diesem Produkt setze ich euch den Link unten in die Infobox. Das ist ein herkömmlicher Magnet, hier in Herzform, der aus so zwei Teilen besteht, ein etwas größeres Teil und ein etwas dünneres Teil. Und dieses Magnetherz kann man sich dann an den Slip, an die Unterhose klipsen, mit dem dickeren Teil nach innen und mit dem äußeren Teil kann man es so befestigen, an der Unterhose, damit der größere Teil am Unterbauch liegt. Und dieses Magnetherz soll ebenfalls gegen Menstruationsschmerzen helfen. Auch zu diesem Produkt habe ich euch unten in der Infobox einen Link gesetzt. Das war es mit dem heutigen Video. Probiert am besten einfach mal aus, was für euch am besten funktioniert. Und lasst es mich auch gerne unten in den Kommentaren wissen. Und natürlich auch, wenn ihr noch einen Tipp habt, den ich jetzt nicht genannt habe. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich auch über ein Abo und oder ein Like freuen. Und dann bis zum nächsten Mal.